Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Afterthought Insanity und wir sind jetzt hier mittlerweile im Haupttor angekommen und es sieht zum einen sehr ruhig aus und zum anderen sieht es so aus als hätte man hier mit Fahrzeugen versucht, ich sehe gerade Barrikaden, irgendwas davon abzuhalten näher zu kommen Das ist wahrscheinlich auch wieder ein Rohr Nein, nein, nein gab es da nicht eine Taste zum... Nein, Springen geht hier glaube ich gar nicht Jetzt muss ich mal schauen wie ich da rüberkomme Vielleicht auf der anderen Seite Kann man hier irgendwie hoch Nein, sieht auch nicht sonderlich brauchbar aus Ich versuche es jetzt einfach mal bei dem LKW Es werden ja nicht alle Flächen markiert, über die man drüber kann Nein, das geht auch nicht. Was war denn das hier eigentlich? X ist auch noch ein Schlag Kann man denn hier drüber? Ja, super Ich will hier drüber Ich will hier drüber Hallo Hier vielleicht? Nein, nicht wirklich Nicht wirklich, es muss also einen anderen Weg geben Den muss ich allerdings erstmal finden Den muss ich allerdings erstmal finden Was haben wir denn hier an der... Ne, hier war nichts Das hier bringt mir auch nicht sonderlich viel Da kann ich hier schon nach zwei Metern Ah, warte mal Ne, natürlich nicht War ja wieder klar Kann ich das kaputt hauen wenigstens? Ne, wahrscheinlich nicht Boah Hallo? Da oben bin ich rausgekommen Ich glaube nicht, dass... Ja gut, für Munition war ich beim letzten schon voll Ich glaube nicht, dass mir hier oben irgendwas weiterhilft Aber es lohnt sich natürlich dennoch immer zu schauen Das ist mein kaputter Fahrstuhl Da bringt mir gar nichts Noch weniger wie nix Hmmmm Das fünscht jetzt nicht gut Kann ich vielleicht... ähm Ähm Eigentlich dachte ich, ich wäre... Ja Weit genug auf der Seite Auch wenn es vielleicht ein bisschen knapp ist Aber... So kann man sich irren Kinder machen das nicht zu Hause nach Ähm... Es tut einfach nur weh Hehehe Jetzt muss ich natürlich wahrscheinlich dem wie das denkt Nein, muss ich nicht So... Okay... Even if he's not home... Es kommt schon Mein Hammer... Oh oh... Nehm auf, nehm auf, nehm auf, nehm auf Es gibt Besuch Ah... Besuch... Wuhu... Wuhu... Baaam... So, komm her... Ähm... Alter... Klauze... Headhunter... Captain Grace... War das so wie der Art... Hehehe... Ach genau, B auf dem Gamepad war... glaube ich... Ah ne, ich kann hier gar nicht hoch, sondern... Es ging darum, den LKW da runter zu holen, dass er mir hier den Weg frei macht... Okay... Boah... Keuch mal nicht so... Mach mal mehr Spott, Junge... B auf dem Gamepad war, als es so was wie ein Finishing-Move... Verdammt, Scheiße, da ist er... Und er wird von irgendwas verfolgt... Naja gut, jetzt nicht mehr... Hehehe... Okay... Ich bin ihm... Aber... Immerhin... Auf den Fersen... So... Äh... Benutze den Wagenheber, um... Dir einen Weg zu bahnen... Okay... Achso... So... Jetzt... Wo jetzt... Hallo... Hey... Ähm... Ausweichen brönt nix... Guck guck... Ähm... Ähm... Ja... Das tut... Bestimmt weh... Hehehe... So... Was war denn hier hinten... Ich dachte das war was brauchbares... Aber... Äh... Ich hebe auch alles vom Boden auf... So... Ich glaube... Ich muss... Tippen... Tippen... Jetzt... Oh... Falsche Taste... Nein... So... Und jetzt gehts eins auf die rüber... Ja... Da brauchst du nicht um Gnade flehen... Die Chance ist vertan mein Freund... Aaaaaaaaaaaah... Ähhh... Ähm... Huch? Jetzt tut jetzt zu Boden... ... mein Freund... Da hinten liegt noch irgendwas... ein rohr was will ich mit einem rohr ich brauche kein rohr ist tatsächlich mittlerweile relativ gut klappt wieder stimme zu spielen fasziniert mich so ist denn hier jetzt ein weg sagt mir doch mal wo hier ein weg ist kann ich da hoch vor allem wo kam der eigentlich gerade wieder her weißt du die kommen aus den letzten löchern tippen tippen ok jetzt kann ich daran so ja was wie wo was mit dem bösen pushen Uh, verfehlt. Ja, ja. Einmal reicht dann. So, was war denn hier? Dreckstange? Nee. Ich will meinen Hammer behalten. Echt mal, ohne Witz. So. Ich würde uns kennen lassen. Ich hoffe, die Dinger sind echt ungefährlich. Nicht, dass ich dann auch irgendwann unfruchtbar werde. Ich glaube, es wird keine Chance, dass ich mich davon ausreden werde. Okay, das schreit nach Besuch. Ich soll auf alles schießen? Ja, ich will aber... Ach, ich nehme mir jetzt mal wieder ab. Äh... Was? Äh... Was verlaubst du dir eigentlich? Du? Da ist der Köpfchen verloren. Munition ergänzt. Warte mal ganz kurz. Okay. Ja, ich spare mal meine Munition. Ich haue den mit der Feuerwehr-Axt oder mit dem großen Hämmerschen. Was über die Rübe. Was wollen wir denn hier? Weithändiger Hammer, den habe ich gerade eben abgelegt. Äh... Wir haben ja schon gesehen, die ist ziemlich so effektiv. Oh, was? Oh, oh, oh. Ein Ausweis? Okay. Den werde ich hier brauchen. Jawohl. Okay. Hier geht irgendwas vor sich. Oh, wir haben Besuch. Und er macht mit unseren Freunden gar keine schönen Dinge. Lass mich doch denen mal helfen. Bleib der einfach da stehen. Oh, das wird ihm nicht gefallen. Guckuck. 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 Aber ich will lieber meine Axt wieder mitnehmen. Ich will hier ja nicht meine Munitionsfreiheit extrem verschwenden. Äh, was haben wir denn hier? Können wir hier irgendwas brauchbares finden? Naja, es hat sich definitiv ausgebreitet. seinen Weg ... Oh, Munition. Es hat seinen Weg gefunden zu denen, die hier unten eigentlich überleben wollten. Die vor mehreren Jahrzehnten tatsächlich hier unten Schutz besucht haben. Tja, das war's dann. Ich glaube, da hinten ging es weiter. Kann das sein? Die können dich ja nicht mitnehmen, oder geschweige denn trinken. Aber da hinten ist irgendwas. Warte ich mir gleich mal noch anschauen. Was haben wir denn da? Nein, doch nicht. Ach, ich verarsche mich auch immer wieder. So, was haben wir denn hier? Es gibt noch einer so faul in der Ecke rum. Immer diese Alkoholiker. Oh, Moment. Ich weiß, ich wollte eigentlich nicht so viel schießen, aber mich hat das Fass jetzt gerade so angelächelt. Jetzt habe ich gerade darum gebeten. Gebettelt. Tief auf mich! Und, diesmal ohne Scan? Okay. Ja. Na gut. Das ist mittlerweile egal. So. Was machen wir denn hier? Das ist der Briefingraum. Das ist der Briefingraum. Das ist der Briefingraum. Ach, schade. Ach, schade. Natürlich hieß es so gar nicht, was das tun soll. Ja, da hinten werden wir, glaube ich, nichts finden. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Denkst du, du kommst hier von oben? Nur weil es einen blöden Schwuch gibt? Ich sag dir was. Alles Gute bringt nur meine Axt. So. Benutzen. Ne G15-Tastatur. Ich habe es genau gesehen. Nein. So. Runter. Öh. Rechts. Nein. Runter. Links. Gut. Links. Yay. Ach, schon wie? Waa 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 waa? Waa waa waa? Spielst du hier mit meinen Kollegen? Schnauze. Was steht denn da? Ja wie gut, dass ich Russisch kann. Falls es jemand übersetzen möchte, nochmal an die Stelle zurück. Und einfach in den Kommentaren posten. Nach dem gesetzten Überschuss ist es wichtig, eine Wege zu behalten. Schnauze. 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 Okay. So, hier haben wir wieder einen Zugang. Aber erstmal kurz schauen. Munition. Was ist denn das überhaupt? Dispense Tactical Ammo. Bisher war das Ding immer rot. Gut. Die haben alle die gleiche Tastatur. Oh. Geheimtür aktiviert. Öffne die Tür zum Technikbereich. Na gut. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschööö. Ich bin heute in der Nähe. Oh, was ich, warst mich? Was. Ich bin heute aus. Was. Ich bin heute hier.